Musik Musik Oh, there's your basketball team! Die Gens-Watertreiste Steigermann und Graslinien sind schon getestet und ich habe von allen gehört, dass sie sehr gut sind. Aber ich habe vor allem die Ehre um nun officiell zu geben, um es zu openen. Los! Und noch! Und noch! Beste meisjes! Vandaag, den 5. Juni, sind die festgemoetjesbundigen. Wir wollen sie proeven. Und sie sind verliegen. Und sie sind verliegen. Und wie mein Kluutvorder, zolder, so gesagt, Ich bin meine Kluutvorder und spiele meine Kluutvorder. 民 haben auch mit allen E KungADen und spiele meine Kluutvorder. Wir chillen eten und sagen Nichts. Wいる der den Kluutvorder aus�itiert sind die đürkt undndefe jungland verlieaid wird. Das ist eine sehr wichtige Kombination. Wir werden natürlich niemanden anzettet für Alkohol, also jeder ist frei auf zu kiezen, aber es ist wohl die beste Kombination. 1, 2, 6! Sehr leck! Sehr gut! Das Biest ist jetzt! Das ist doch! Ich hoffe, dass jeder hier auch noch ein paar Mal zu kommen, denn wir waren hier in Thuijen, von doch ein schitterend tafereen, eine schöne Tradition, aber vor allem von besonders leckeren Maatjes, also kommt das Poevoe, kommt das Team, kommt hier unter der Stadsal genieten, es ist mit, also ich würde sagen, Aarzel nicht, komm vonmiddag noch zurück, nehmt jeder mit, und dass die pers auch gut durchsagt, dass es hier vonmiddag, vonavend und morgen, sehr viel Volk naartoe kommt, das ist ein schitterend initiatief, und ich will auch ein großes Applaus auf den Heren, von ein junger Gast, ein junger Unternehmer auch, von Guus van der Kreeft, der hat seine Namen nicht gestohlen, denn er bringt die Maatjes nach Gent, ein großes Applaus für ihn und sein Team, und wir sagen, beste Gentmaats, komm mal nach hier, komm mal nach der Stadsal, von Maatjes genieten, dankjewel. Bedankt, Maatjes, meneer Buurmeester, bedankt, bedankt, bedankt. Er ist hier inderdaad, sehr viel warmte, er ist von morgen auch ein klein bisschen storm geweest, vannacht auch, aber wir haben hier in den Schoenste storms, noch auf dem Podium stehen. Ich werde es doch noch even auf dem Wort geben. Ich habe es doch noch ein großes Applaus für unsere Schepen, alle storms von Feestlichkeit. Ich sage, ich sage, ich kann sie selbst ein bisschen probieren und nicht über die Börse voll. Ich sage, 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 ich möchte es euch腹 auf den Schoenste Ich bin der Tag. Ja, ich bin der Tag. Ich bin der Tag. Der Tag? Ich bin der Tag. Untertitelung des ZDF, 2020